Die Leuchte fängst. Ja, aber hier sind noch viele Kölzer. Hier ist einer. Hier ist eine Zange. 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 Hier ist ein Winziger. Guck mal, der hat das Rot. Der ist immer weiter weg. Der Wurm da. Der da an der Seite. Jetzt bleiben wir da. Ja, an der Seite. Papa, ich lasse dich jetzt frei. Ja, der ist ja noch frei. Der ist aber groß. Komm mal rein. Der kleine Dinger da. Der ist aber wirklich süß. Der kleine Dinger. Der kleine Dinger. Oha, die Zange ist richtig klein. Oder irgendein komisches Vieh. Wie es schwimmt. Ja. Das fass ich nicht an. Das fass ich aber an. Nein, das darf nicht. Nein, das darf nicht. Nein, das lange Mai da. Das ist richtig. Nein. Nein. Nein, bitte nicht wieder zwicken. Nein, bitte tu den weg. Der letzte hat mich schon gezwickt. Soll ich den wieder zurück tun? Ja ja, den schmeißen wir ins Wasser. Guck mal, der frisst den Muschel. Oh, der ist auch noch aggressiv. Kann strömen, ich hole ihn raus. Ich filme schon. Oh ja, der zwickt schön. Siehst du? Wird ein bisschen besser weglaufen, gell? Mhm. Guck, guck. Kann ich laufen? Ja. Gut, da ist noch weich. Mit seiner Muschel. Ja. Guck, der ist schön. Oh ja, cool. Oh, der ist weg. Oh ja, weg ist er. Papa, nimm den. Aua, schnell, Papa, der zwickt mich. Ja, was soll ich machen? Oh ja, der ist auch aggressiv. Papa! Aua! Was ist der? Pass auf, Bobby, den ist er. Oh ja, der ist ein guter. Geh weg, Bobby. Mama, weißt du, was es da ist? Lass mal sehen. Amelie will jetzt wicken. Oh ja, der sieht aber schön aus. Amelie will jetzt wicken. Ja, der ist wunderschön. Da hast du ein Baby gekriegt. Da. Nein, da. Da lassen wir ihn auch wieder frei. Wie sind die Beinkrebse? Ja, beim Steg, Richtung Steg. Oh mein Gott, oh mein Gott. Der wirrt sich schon. Der ist fette Zangen. Der ist fette Zangen. Der ist fette Zangen. Der ist auch verzwickt. Der hat richtige Zangen. Pass auf, Bobby. Ich hab auch ein bisschen Druck. Ich will deine Augen sehen. Mach die Taschenlampe weg. Du hast das Bild besser. Ja, der ist jetzt schlecht. Ach, der Fuss. Aber Bobby wollte ich uns weg. Ja, also dann lassen wir uns wassen. Lukas wollte den Krims, äh, den Krims wollte Lukas den Krims. Ein Fisch. Ich gucke, bump, 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 da flutscht der rum. ich weiß nicht ob der hier ist, guck mal, hol den mal raus oder lang mal nach der ist nicht hier, nein der ist schön hier, schau guter, lass uns mal, auch schick, der wehrt nicht, den lass uns mal, Papa, ich wollte den nur mal nehmen, guck mal ob er hier ist, ja, kann ich noch raus, oder? Geh Papa, die machen immer so, Papa, ich will nicht dick werden, dann mach die schnell seine Zange hoch, oh ja, das ist ja auch schlecht, ich will nur mal raus malen, ich will ihn, oh ja, das ist aber schnell, wo ist der, ich hab das, ich hab das, ich hab das, ich hab das, ich will den schon, ich will den nicht, Mama, hast du was, Mama, komm mal, Mama, Mama denkt nämlich, dass in den Löchern vielleicht die kleinen Fische drin sind, ja, das kannst du gar nicht sein, tu die Lampen, ach so, da hast du Lampen. Irgendwo hupfen da ein paar Fische, ab und zu hört man es. Hier ist Lampen, nochmal Lampen, da ist der von Grat, oh ja. Papa, kannst du ihn nehmen? Oh, den lassen wir auch wieder frei, he. Mama, willst du ihn noch einmal nehmen, bevor es den Teil hat? Kannst du ihn jetzt nehmen? Da ist der Krebs, guck. Krabbe, die sind eigentlich gar keine Krebs, die sind Krabbe. Nummer hat was. Jetzt pass mal auf, da kommen ganz kleine kleine Fischchen raus, so winzige, so die Größe. Da ist schon ein kleiner Fisch. Und da noch einer. Und da noch einer. Und da noch einer. Ich seh's, ich seh's, ich seh's. Oh, da ist nochmal, guck. Da kommen gleich kleine kleine Fische raus, die Löcher. Papa, den Fisch hab ich dir hingestellt. Papa, die gräbt dich ein. Papa, guck mal, die gräbt. Oha, da sind sie. Die Gräbt hat dich eingegaben. Hier ist einer. Da. Guck, der ist schnell. Ja, und klein. Und dann noch klein. Langsam. Warte mal, Lukas. Da, da, da. Da, da. Ich hab einen, guck. Ja, cool. Baby, ich will nicht aussehen. Da, Mama. Marlene, mach mal die Lampen weg. Ich hab auch einen. Hast du auch einen? Wunderbar, sieht man. Ja, cool. Nicht schlecht, hä? Mama, da läuft der. Amelie. Halt das so langsam. Der stinkt. Der stinkt. Was? Amelie. Wir haben einen Krebs. Krabbe. Die sind mal leise. Die hört man schon lauf, so viele. Hören die das? Ja. Der stinkt, hä, die Krabbe. Ja. Eigentlich ist der Krabbe. Ja. Der stinkt, hä, die Krabbe. Der ist jetzt ein anderer. Der sieht geil aus. Sag mal zu Amelie, da ist ein anderer. Ihhh, der hat Haare. Amelie. Amelie. Wie ist ein anderer Fett? Seine Augen sind weit weg. Und der hat Haare. Der sieht ganz anders aus. Der passt sich nicht an. Pass auf, dass er ins Wasser hopft. Der sieht, du mit Lampen weg. Der sieht anders aus. Der sieht richtig schnell aus. Amelie, guck mal, den muss ich mal da gucken. Aber Kopf auf, beiß er da hinne. Da ist einer. Da. Da ist Kopf auf. Guck mal, das sieht aber ganz anders aus. Was soll ich denn? Die sind richtig schnell. Die sind richtig schnell. Soll ich den neuen weglegen? Yay. Hörschchen, lass sie. Oh, ich möchte raus. Nein. Schau, ist er weg, hä? Oh, hat ihn noch. Oha. Ich will den Handy zeigen, keinen Film, hä. Oha. Der sieht ganz anders aus. Hey. Dreh ihn noch mal ein bisschen. Wie? Gut, wieder runterheben, so. Aber ich gehe... Gut, also wieder vor. Hast du gesehen, wie schnell er ist? Ja, er hopft weg, hä. So, hängt er. Oha. Geil, immer Kopf aufpassen. Kopf aufpassen. Das sind unsere Krebs oder Krabbe. Da hängt er auch noch mal drin. Gut. Gut. Aber du hast auch einen Oberkleb. Das ist auch immer. Alles voll, gell? Nächste. 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 Boah. Da. Der ist schnell. Der war schnell, ja. Der hier schnell. Der gibt dich nicht. Da ist schon der Nächste. Bitte zwicken. Ja, bestimmt. Der habe ich nicht geschickt. Den habe ich nicht geschickt. Ja, ja. Ja, ja. Der ist den Papa. Der nimmt die mit, gell? Guck. Ist das der Aggressive vom Vogelhoch? Ja. Keine Ahnung. Wahrscheinlich schon. Ja, okay. Was ist der? Der will doch zwicken. Nächste. Oh, oi. Der hat auch Muscheln dabei. Hä? Lass ihn noch mal. Mama. Stopfen noch mal. Muscheln. Du kriegst keine Muscheln. Das macht auch nichts. Oh. Der wird zwicken. Du bittest. Mami. Mama. 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 Es ist so gut. Hä? Ich glaube, das war das Wunder. Soll ich die mir wieder ins Rücken schmeißen? Ja, das. Komm, das machen wir. Oh, der ist ein guter. Papa! Der zwickt. Der wird zwickt. Ah, den holt ich schön raus, ne? Packen von hinten, der Bubi, der macht's richtig. Jawoll, so, heben! Bubi hat den Großen. Aber ich hab den Großen. Das sieht wunderschön aus. Ich finde, die sind schön. Warte, lass ihn mal hoch. Der frisst gerade irgendwas, ne? Der ist runterlassen. Der ist runterlassen. Was ist das, was der denn runterlässt? Irgendwie von Reschneck. Sitz ihn wieder da, ne? Dann nimmt er's wieder. Aber der Mut war halt... Das hat der jetzt nicht. Na, ist gut. Gefangen, he? Guck. Der Großen kriegt mich auch zu flicken. Ja, ja. Ich finde, die Farbe sind schön. Von manchen. Ami, die Farbe sind schön. Die Farbe sind schön. Die sind schön schön. Ami, die sind nicht schön. Wann darf ich mal sehen? Wann darf ich mal sehen? Wann darf ich mal sehen? Wann ist das hier irgendwie? Wann ist das hier irgendwie? Das sind alles Einsiedlerkrebs. Das sind tatsächlich Krebs. Wann sehen wir? Wann sehen wir keine? Wann sehen wir wieder weg? Wann sehen wir jetzt? Jetzt schauen wir uns was noch an. Hui. Ei! Papps, papps, papps! Papps! Wann dreier sich dann noch mehr dazu? Hey! Papps! 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 Papps, Papps! Ja, die hat er halt verloren, die wechselt, der krabbelt dann in deinen Fuß. Dann hast du ein Problem, der hat noch einen Mund, guck mal was ist, das Auge ist offen, er hat nur ein Auge. Boah, der sieht voll cool aus. Wenn der zwickt, der tut schon eher weh. Die hat auch so richtig einen Zacken, da ist er drin. Die auch. Die ist jetzt schon richtig spitz. Aber warum können wir die ein Lebende finden? Die sind im tieferen Gewässer, die spült es halt mit der Flut an. Der ist schön groß, gell? Der ist größer als dieser andere. Hä? Wie der letzte Mal. Wie der letzte Mal. Dass der drinnen rumgeschwommen ist. Ja. Aber es sieht interessant aus, den hat er ihre Hände geschwunden am Salzwasser abputzen. Den hast du auch Blut gefunden. Den hast du auch Blut gefunden, he? Den hab ich gefunden. Ja. Du weißt, wenn es dunkel ist. Du musst füchen. Du musst füchen. Du musst füchen. Ich halte ihn gar nicht. Geh? Der liegt da. Hast du wieder füchen? Ja. Du musst füchen.